Hallo Kackbratzen! Hallo Wanderer! Darf ich Sie hier an die Beete titten? Wir bieten Ihnen die feinsten und die besten veganen Speisen der ganzen Stadt an. Wir haben recycelte Schuhsohlen mit Bio-Rhabarber-Kompost, Parmesan-Ziegelstein-Pesto und ganz neu, Kudung mit knusprigen Pansen-Krokant. Ist es nicht faszinierend, wie manche Dinge sich im Laufe der Zeit ändern? Vor allem, was unsere geliebten Spieleklassiker betreffen. In unseren Erinnerungen waren es exzellente und komplett fehlerfreie Meisterwerke und kaum ist ein Vierteljahrhundert vergangen, macht es plötzlich Pling im Kopf und man erkennt, dass das einstige Lieblingsspiel so gut gealtert ist wie Milch. Vermutlich liegt es auch daran, dass wir uns so sehr an neue Gameplay-Techniken gewöhnt haben, dass uns die Steuerung der Klassiker so fluffig vorkommt wie ein Müsli aus Ziegelsteinen. Und genau dieses Problem hatte ich mit dem 1999 veröffentlichten PS1-Shooter-Siphonfilter. Die ersten Minuten waren in etwa so schön wie der Duft nach ranzigen Zwiebeln in der S-Bahn im Sommer. Hat mir meine Erinnerung ein Streich gespielt? War Siphonfilter vielleicht gar nicht so der Hammer? Entwickelt wurde dieser Klassiker von Eidetic, die dann später in Bandstudios umgetauft wurden. Nachdem man mit Bubsy 3D das wohl schlechteste Playstation-Spiel aller Zeiten entwickelte, wollte man etwas ganz Neues schaffen. Ein Spiel, das die Welt bislang noch nie gesehen hat, sofern man die letzten Jahre unter einem Stein gewohnt und somit noch nie was von Metal Gear oder GoldenEye 007 gehört hat. Die Entwicklung von Siphonfilter war allerdings nicht direkt ein Ponyhof, denn aufgrund mangelnder Inspiration und Erfahrung hatte man oft darüber nachgedacht, dieses neue Stealth-Action-Spiel mit Rätseleinlagen direkt in die Tonne zu werfen. In einem Interview gab Creative Director John Garvin sogar selbst zu, dass man absolut keinen blassen Dunst hatte, wie man einen realistischen Shooter entwickeln sollte. Anscheinend hat man aber doch irgendwie die Kurve gekriegt. Die erste Idee zur Story, in der eine Gruppe entführter Wissenschaftler für eine namentlich nicht genannte Organisation eine Zeitmaschine bauen sollte, wurde aber zum Glück des Spielers verworfen. Nichtsdestotrotz ist die finale Story von Siphonfilter in etwa so episch wie eine Telenovela auf Steroiden. Logons Bericht war deutlich genug. Zwei zusätzliche Teams sollen darauf angesetzt werden. Suchen Sie Römer. Ich verstehe. Der Spieler schlüpft in die Rolle des amerikanischen Supersöldner Gabriel Logan, der für die supergeheime Geheimorganisation namens The Agency arbeitet. Zusammen mit seiner Partnerin Lien Xing, die genauso tödlich ist, wie sie aussieht, müssen sie die Welt vor einer tödlichen biologischen Bedrohung retten. Ihnen gegenüber steht der äußerst finstere Bösewicht Erich Römer, der seine Frühstücksflocken wahrscheinlich nicht nur mit Nagellackentferner anstatt mit Milch schlürft, sondern auch in Besitz eines Virus namens Siphonfilter ist, mit dem er im Nu die Menschheit vernichten könnte. Kann das sein? Gar nicht. Sein Ziel ist die Weltherrschaft an sich zu reißen und somit unterscheidet er sich nicht unbedingt von allen anderen 0815 Bösewichten. Das gleiche gilt auch für die Handlung. Die hat zwar viele Wendungen, aber so wirklich überraschend ist sie nicht. Man sollte sich aber nicht von der wässrigen Story täuschen lassen, denn dahinter verbirgt sich eine echte Gameplayperle mit einer tiefgründigen Spielmechanik, auch wenn die Steuerung heute einfach nur Schmerzen bereitet. Aber alles erstmal der Reihe nach. Siphonfilter ist ein Third-Person-Action-Spiel, das irgendwie in die Fußstapfen von Metal Gear schlüpfen wollte, womit wir es hier nicht nur mit einem schnellen Shooter zu tun haben, sondern man wird sich auch auf eine große Portion Schleicheinlagen freuen dürfen. Überraschend ist, dass die Level im Spiel auch viele unterschiedliche Einzelmissionen haben, die man in einer beliebigen Reihenfolge erfüllen kann, womit sich das Spiel bei einem jeden Durchlauf anders anfühlt, sofern man nicht immer dieselben Pfade bestreitet. Trotz all der Freiheit wirken die Level doch sehr linear, was jetzt aber bei den vielfältigen Missionen aber eher ein Vorteil ist. Ein Grund dafür ist auch, dass sich rein theoretisch die Feinde auch jedes Mal anders verhalten. Feinde greifen dich an und fliehen vor dir oder verstecken sich hinter Bäumen oder anderen sicheren Objekten. Da sie auch alle unterschiedlich bewaffnet sind, sollte man immer die passende Strategie parat haben. Grundsätzlich kann man durch die Level laufen und alles niederballern, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Allerdings wird man mit dieser Methode nicht immer weit kommen. Noch was, Sie haben Anweisungen, alle medizinischen Mitarbeiter von Römer zu eliminieren, die sich Ihnen in den Weg stellen. Roger, ich melde mich, wenn ich im Erdgeschoss angekommen bin. Grundsätzlich ist Siphonfilter immer noch ein Stealth-Shooter, womit man quasi gezwungen wird, mit Bedacht vorzugehen. Das bekommt man dann sehr deutlich in den Level zu spüren, in denen man sich nicht ein einziges Mal vom Feind erwischen lassen darf. Versagt man, wird man das komplette Level bei Null beginnen müssen, was eine ziemlich große Portion Geduld vom Spieler abverlangt. Und dann gibt es Level, in denen das Spiel zwar weitergeht, wenn man entdeckt wurde, aber man mit einer schier unendlichen Welle von Feinden bombardiert wird, sodass das Beenden des Level quasi unschaffbar wird. Dabei ist die Schießmechanik des Spiels wirklich interessant und einmalig für diese Zeit. In der Regel kann man gleichzeitig laufen und aus vollen Rohren ballern, solange man eben Munition hat. Allerdings kann und sollte man auch ab und zu in die Ego-Perspektive wechseln. Man kann hier zwar nicht mehr gleichzeitig rennen und schießen, aber man erhöht somit unwahrscheinlich gut die Treffergnauigkeit. Zu Beginn des Spiels wird man sich vermutlich auf die automatische Zielfunktion freuen. Die nimmt zwar automatisch nach jedem Kill einen neuen Feind ins Visier, aber leider gibt es da einen Haken. Abgesehen, dass einige Feinde mehr als nur zwei oder drei Kugeln benötigen, nimmt die automatische Zielfunktion nur die Brust des Gegners aufs Korn. Sobald man in späteren Missionen auf Gegner mit schusssicheren Westen trifft, wird die Automatikfunktion nicht mehr ganz so viel helfen und man wird quasi dazu gezwungen, in die Ego-Perspektive zu wechseln. Aber es macht eine wahre Freude, den Feinden ins Gesicht oder in verschiedene Körperteile zu schießen. Somit ist die Ego-Perspektive vor allem später im Spiel die einzig zuverlässige Methode, um seine Feinde auszuschalten und das in erster Linie in den Boss kämpfen. Immer optimistisch. Schauen Sie sich um. In dieser Halle sehen Sie ein Mosaik mit der ganzen Geschichte der Kriege und Aggressionen Ihres Landes. Selbst wenn die Entgegner eine schusssichere Weste tragen, wird man mit ein wenig Übung auch noch jedes Mal zielsicher eine Kugel zwischen die Augen pflanzen, womit auch noch der schwerste Bosskampf ein Kinderspiel wird. Trotzdem macht diese Mechanik Siphonfilter zu einem ganz launigen Shooter. Es ist eben nur schade, dass die Steuerung heute doch recht antiquiert wirkt. Es ist eine Mischung aus Tomb Raider und Metal Gear und während damals das vermutlich irgendwie das Maß der Dinge war, spielt sich Siphonfilter heute ebenso fein wie ein Panzer auf Rollschuhen. Wenn unser Held rennt, sieht er aus wie ein Idiot, was das Ganze nicht unbedingt besser macht. Nicht die Gegner, sondern die Steuerung ist im Spiel euer größter Feind. Und leider sind allzu oft die Missionsbeschreibungen ziemlich unklar, womit man allzu oft wie ein aufgeschrecktes Huhn durch die Level rennt. Bei all der Action muss man aber die ausgeklügelte Deckungsmechanik loben. Wird's mal wieder zu brenzlig, wenn eine Mal wieder pfundweise Blei um die Ohren fliegt, kann sich unser Held wie ein gut gereiftes Stück Camembert von Deckung zu Deckung hechten und rollen. So wie es eben in einem richtig guten Agenten-Action-Spiel sein muss. Und man muss noch nicht mal auf einen äußerst schicken Anzug verzichten, denn unser Held darf je nach Mission und Situation sein Outfit ändern. Das Spiel hat ein ziemlich einzigartiges Interface. Oben links auf dem Bildschirm befinden sich eine Gesundheits- und eine Gefahrenleiste. Die Gesundheitsleiste zeigt eure verbleibende Lebensenergie und Rüstung an. Rüstung kann durch das Aufheben von schusssicheren Westen wieder aufgefüllt werden. Verlorene Gesundheit wird man allerdings nicht wieder erneuern können, was die Spannung im Spiel um einiges erhöht. Die Gefahrenleiste ist ebenfalls interessant, denn wenn ein Feind einen ins Visier nimmt, füllt sich die Leiste. Wenn es die maximale Stufe erreicht und anfängt zu blinken, bedeutet das, dass jeder Schuss des Feindes euch mit absoluter Sicherheit treffen wird. Man sollte also so schnell es geht Deckung suchen oder den Feind erschießen. Insgesamt macht diese Mechanik klar, dass es nicht immer Sinn hat wie Rambo durch ein Level zu laufen und dass manchmal eine gute Taktik besser ist als Feuerkraft. Was die Grafik betrifft, so steckt der Teufel allerdings im Detail. Besser gesagt wird man in einigen Bereichen immer und immer wieder auf dieselben Objekte treffen und sehr oft auch auf sehr verschwommene Texturen. Die Innenräume oder eben auch einige Außenlevel wirken wie Kampfarenen, die Mittelschläuche verbunden wurden, was aus heutiger Sicht dann doch eher langweilig wirkt. Insgesamt wirkt das Spiel heute so, als sei es wild aus ein paar Lego-Duplo-Steinen zusammengewürfelt worden. Generell ist die Optik steifer als ein Grog, was man vor allem in den Zwischensequenzen zu spüren bekommt. Nicht, dass das Spiel damals ein Brett war. So wirklich spielte es nicht in der oberen Liga mit, aber die Grafik war durchaus brauchbar. Heute wirkt sie aber leider wie eine Handvoll Sand im Auge. Die Musik ist auf der anderen Seite ganz okay und geht gut ins Ohr. Mit kräftigen Beats und epischen Synthesizer-Klängen treibt sie euch durch die Action. Egal ob ihr gerade einen Haufen Feinde ausschaltet oder euch durch eine brennende Baustelle kämpft. Die Musik ist immer da, um euch mächtig Feuer unter dem Hintern zu machen. Die Sprachausgabe ist Geschmackssache. Man hat schon Schrecklicheres gehört, aber schön ist trotzdem was anderes. Zur Verteidigung muss man sagen, dass es das erste Siphon-Filter schon wie gesagt während der Entwicklung sehr, sehr schwer hatte. Und somit ist es ein Wunder, dass man das Projekt nicht komplett eingestampft hat. Stattdessen durfte man sich auf fünf weitere Spiele freuen. Davon zwei Fortsetzungen auf der PS1, gefolgt von The Omega Strain für die PS2, Dark Mirror für die PS2 und PSP und zu guter Letzt Logans Shadow nur für die PSP. Und gerade Dark Mirror war das absolute Highlight der Serie. Allein schon wegen der Grafik und der Online-Fähigkeiten war es um so viel besser als das Original. Insgesamt war aber das erste Siphon-Filter ein mutiger Schritt in eine neue Serie. Das Spiel ist optisch nicht sehr gut in die Jahre gekommen und die Spielmechanik fühlt sich nach all den Jahren ein wenig ranzig an, aber trotzdem hat der Titel seine Lichtpunkte. Mit seiner packenden Story, seinem süchtig machenden Gameplay und seinem unvergesslichen Stil hat es sich einen festen Platz in den Herzen der Spieler verdient. Praktischerweise ist das Spiel in der PS Plus Bibliothek erhältlich und man muss nicht extra nach Romhausen wandern, sofern man das Original nicht zu Hause hat. Also schnappt euch euren Controller und stürzt euch in dieses extrem kitschige Agenten-Abenteuer. Ihr werdet es nicht bereuen. Gute Arbeit, meine Liebe. Gute Arbeit. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Tritra Tritra Tritra